Ja, dann noch einen schönen guten Tag von mir. In Sachsen haben wir aktuell die Lage, dass unsere Erstaufnahmeeinrichtungen volllaufen, dass sie überlaufen. Die Lösung kann allerdings nicht sein, größere Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen, sondern unsere Gesetzgebung durchzusetzen. Und das heißt auch, dass man Personen in Größenordnung abschiebt. Wir erleben allerdings seit Jahren in Sachsen, dass die Abschiebezahlen rückläufig sind. Gleichwohl müssen wir dafür sorgen, dass unsere Grenzen geschützt werden. Es ist schon angesprochen worden, Herr Kretschmer und auch Herr Seehofer haben sich ja nur für stärkere Kontrollen durch die Bundespolizei im Grenzbereich ausgesprochen. 800 Schaften sollen dort bereits sein. Allerdings halte ich das für bigott, um ehrlich zu sein. Denn eine Grenzkontrolle, die nur darauf abzielt, Menschen abzuzählen und bestenfalls noch Taxi in die Erstaufnahmeeinrichtungen zu spielen, das ist absolut nicht zielführend, sondern eine Grenzkontrolle muss heißen, dass die Personen, die hier nicht einreisen dürfen, die aus einem sicheren Drittland kommen, die hier kein Recht auf Asyl haben, dann auch abgeschoben werden, beziehungsweise an der Grenze direkt abgewiesen, beziehungsweise zurückgeschoben werden. Wenn Herr Kretschmer jetzt sagt, dass er Grenzkontrollen an der Außengrenze haben möchte, der Europäischen Union, dann ist das durchaus zu unterstützen. Gleichwohl stellt sich die Frage, warum die CDU in der Vergangenheit unsere Anträge in diese Richtung abgelehnt hat. Wir haben vor Jahren schon gefordert, damals noch an der ungarischen Grenze, die Polizei zu unterstützen, gern auch mit einigen Abgeordneten sächsischen Kräften. Das hat man nicht gewollt. Wir stehen aber nach wie vor dazu, dass wir diese Bereitschaft haben sollten. Wir würden auch als sächsische Landespolizei dann auch Kräfte der Bundespolizei im Bereich unserer Grenze unterstützen wollen. Und um das Ganze zu unterstreichen und auch die Zusammenarbeit mit Polen und mit Tschechien darzustellen, ist es aus unserer Sicht zwingend notwendig, dass wir eine große Vollübung machen an der Grenze, wo wir Bilder in die Welt senden, die zeigen, dass die Einladungspolitik von Frau Merkel nicht weiter fortgilt und dass wir bereit sind, auch mit Polen und mit Tschechien gemeinsam unsere Interessen zu vertreten und gemeinsam zu arbeiten. Wir erleben gleichzeitig noch eine andere Sache am Rande, dass wir eine sehr starke Ungleichbehandlung eigentlich haben zwischen der deutschen Bevölkerung und denjenigen, die hier nach Deutschland illegal einreisen, die zum ersten schon mal durch die illegale Einreise unser Recht umgehen und auf der anderen Seite dadurch, dass sie sich unter Umständen auch entsprechenden Corona-Tests nach dieser illegalen Einreise verweigern, schon das zweite Mal gegen unsere Rechtsordnung stellen, also darüber auch erheben. Das kann eigentlich nicht sein, wenn man das eigene Volk in Quarantäne steckt und anderen Menschen hier trotz alledem den Zugang in unser Land unkontrolliert erlaubt und noch nicht mal an der Grenze kontrolliert, sondern die Menschen erst mal ins Landesinnere schickt, wo sie dann halt dieses Virus, was ja allerorts bekämpft werden soll, dann auch noch weiter verbreiten können. Also diese Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar und komplett abzulehnen.